wenn zur notruf abonniert um keine weiteren folgen von notruf zu verpassen ich freue mich auch über ein like machen wir weiter ist hier komisch 10 uhr war es dunkel jetzt ist es hell ist echt komisch ja letzte folge waren so viel fehler und so ist hat man es gesehen mit der drehleiter konnte ich nicht mehr abrücken die haben nicht zusammengepackt und wenn wir eins zusammengepackt sind die kann ich mal kurz zeigen ja hoffentlich bleibe ich denn nicht hier irgendwo stecken geblieben ja da sind noch so viele fehler das spiel läuft nicht mit der einsatz so wirklich rund springen mal ich möchte jetzt nicht wohnungsbrand das hat mich schon so oft letzte folge so lkw brand einsatz wäre schon ganz gut na welcher einsatz gut dann wird es abfallcontainer brand achtung brandschutz container brand einsatz für tlf1 wiesenstraße eine nächste folge dann werden wir lkw brand nehmen es ist immer ein problem das spiel muss man neu starten denn immer ein stuhl drauf machen das ist denn das kann man ja nicht sagen ja ich möchte jetzt lkw brand haben das geht ja nicht das kev hat mir so oft und container brand hat mir schon irgendwie über zehn folgen gemacht so ich habe gestartet so einsatzmodus denn nicht in die beleuchtung so klein verspannt ist es nicht mal gucken war nicht so ein riesenbrand wieder ich lasse mal die sirene an die fahrzeuge fahren hier so schnell muss man nicht fahren da ist ja kein großbrand das ist mir nicht so schnell fahren diese kurve so und da kommt hier noch eine kreuzung ja wir haben sirene und blaulicht da können wir auch bei einer rote ampel fahren mal gucken mal gucken wo der brand ist hier ist auch ein wohnungsbrand wenn ich rausgucke dann baue ich wieder einen unfall da war nach links schaut weit ist es noch genau diesmal ist kein unfall passiert bei dieser folge mal gucken das muss ich ein bisschen abbremsen so aber kein verkehrsunfall einsatz so und gleich da sein also der ich kenne schon die einsatz beim baummarkt oder wo war es ja sieht man schon die raufsäule man müssen abbremsen dass man nicht wogegen fahren so so und das ist mir hier lang jetzt hat man es vorher nicht gesehen ich wollte ja nicht wogegen fahren absitzort begehung so wie sind angreifst gruppe gefährdet gut gefährdet ich will ja nein das meinte ich das nach alarmieren da was brennt die so den schnellangriff schnellangriff wasserversorgung schnellangriff ich hab mal nach allemiert weil nicht das dlk weil wir wissen nicht ob er ganz ob das nur täuscht mal gucken ob sich das ausbreitet ich hab einfach sicherheitshalber nach alarmiert so 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 einmal wasserversorgung wird wir können auch gleich abmachen kollegen sagen warum kommt kein wasser maschinist maschinist ja die brauchen noch ein bisschen jetzt kann ich überdrohen ja kommen die umsonst aber wenn es wirklich hierüber gegriffen hätte ja für notruf ist ja es wird es keine riesen einsätze geben weil es weil es so viel simuliert wird mal gucken wenn es da wirklich hierüber brennen kann aber es sind ja keine richtigen materialien oder wie heute es da wirklich brennen kann das wäre auch krass wenn hier gleich der ganze Baumarkt oder Supermarkt brennt können wir auch gleich die dlk nach alarmieren das brauchen wir jetzt nicht so nach Glutnässern gucken ich höre die schon ich sehe die schon kommen die schon an das LF24 es sind ja keine Gasflaschen die explodieren können oder irgendwas was explodieren kann so ja kann es gleich abrücken Glutnässer abrücken so LF24 ist weg haben wir nicht gebraucht aber sicher jetzt halber bei Reifenbrand und bei bei ein paar Bushaltestelle dann braucht man die ja den Einsatz hätte ich auch gerne wieder aber es war nur der Einsatz der einzige wo es dann als kleinen Flächenbrand eingestuft wird und der gleiche nur Weidbrand ist ja es wurde auch bestrengt beschränkt das soll gleich nicht ganz Müheheim abbrennt der Wald das wäre schon krass noch mehr so eine Überraschung einsetzt die klein eingestuft werden oder noch riesig werden das wäre noch toll wenn ein paar dazukommen meiner Glutnässern gucken so nix zu sehen gut der können wir zusammenpacken zusammenpacken gut dann war es diese Folge Notruf bis zu den nächsten Folgen von Notruf dann